Hallo und herzlich willkommen zurück zu Amazing World. Ja, und es geht schon wieder los Candy Rush. Es ist wirklich ständig, ständig, ständig. Da ist ein Candy. Wir brauchen noch ein bisschen mehr, wir haben bald die 100, aber da muss man fleißig sein und sammeln, sammeln und sammeln. Ja, weil es nervig ist, ist aber so. Ich will gar ein paar Dinge. Ich will abgutet, deswegen will ich die größte Punktzeile voran, die man haben kann. Kann nämlich 200, ich will was für 200 versuchen zu schaffen. Eigentlich will ich was von 100, weil da nicht was am schönsten, aber ich will auch versuchen, auf 200 zu kommen. Je nachdem kann ich mir vielleicht auf 200 gehen. Soll ich nicht auf 200 kommen? Da liegt auch noch ein Candy. Schön alles mitnehmen hier. Wir sind auch immer noch in der selben Session, wie man merkt. Das finde ich schon wie am Kürbisse sammeln und so. Daran kann man das nicht. Ist aber auch eigentlich völlig lax, würde ich sagen. Ich weiß ja gar nicht, wie lange noch hier Halloween geht. Ich gehe mal davon aus bis zum 31. Aber wäre gut alles vorher zu haben, ne? Da muss man sich darüber keine Gedanken machen. Ich habe im Wasser noch eins gesehen. Also ich glaube, es gibt keine optimale Route, weil die wollen einfach wo sie wollen, die Dinger, ne? Oder Wasser war jetzt schon wieder gar nichts. Ich habe es gekauft. Das geht nicht. Versteckt. 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 Hier vielleicht noch irgendwo Süßigkeiten. Was ist das hier eigentlich? Das ist, glaube ich, für das eine Event, aber sonst macht das nichts. Das ist ein Monster! Roar! Roar! I say! Yeah! Ich habe 81. Ich rass kaum aus hier. Und da ist auch noch eins. Ich finde gut auch, dass man sich hier nichts gegenwärtig wegnehmen könnte oder so. Das wäre ja irgendwie doof. Weil die sind ja hier schon so, ähm, wach! So, 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 schlecht erteilt. Meine Stimme ist auch schon wieder voll rau. Wir haben ja mit den Ferien zu viel gequatscht, glaube ich. Ganz viel gequatscht habe ich. Da ist auch noch was. So war das ganze Zeit, als ich hier stand. Da konnte ich hier einfach im Kreis laufen und mir war das ganze Zeit zu viel. Was jetzt komisch ist, dass es jetzt wieder ist und vorhin, das letzte Mal gab es da nie wieder nichts. Also, ist sehr merkwürdig. Man wird hier ein bisschen geträumt, glaube ich. Da rollt schon wieder was mit dem Berg hinunter. Hier waren auch welche. Diesmal aber nicht. Eine Minute habe ich noch, um mir ein paar Süßigkeiten zu suchen. Wir haben jetzt 88. Dann machen wir auf jeden Fall mal eine 89 draus. So. Das sieht doch schon besser aus. Ich hätte jetzt gerne die 90, ne? Einen hätte ich gerne. Wahrscheinlich ist hier wieder gar nichts gespawnt von den Dingen. Doch, zwei Stück. Oh. Ich habe nichts gesagt. Aber ich glaube manchmal, würde ich mich da ein bisschen verkackern. Deswegen. Komm mit mir. Aber diese Spaghetti machen da einen so schnell. Das ist auch noch eine Süßigkeit. Oh, ich will diesen bunten Hexenhut. Ich finde den geil. Da kann man nicht hin. Aber Hauptsache, da spawnt erstmal eine Süßigkeit. Wollt ihr mich verarschen? Schönen Dank auch. Für diese herzliche Verarsche. Komm. Ja! Woo! Hexe 90! Hexe 90! Ich fiel doch und dann habe ich 100. Ich freue mich. Ernsthaft? Jaaa! Hexe 90! Ich fiel doch und dann habe ich 100. Ich fiel doch. 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 Ach heil. Angst. Okay. Alles ist auch süß hier. Mit der Fü- Oh. Süß. Sehr süß. So. Warte. Ich wollte wohin? Zu den Typen. Jetzt glaube ich hier schon wieder im Kreis. Ich guck mal. Vielleicht kann ich ja schon mal am Rad drehen. Also am Rad drehen tue ich ständig. Na? Hier we go! Hier we go! You are ready to spin this wheel! You are a tiger! Or some other animal! In the video, dann! Okay, also. Komm, den erschrecken wir noch. Ja, du. Gib mir all dein Geld! So. Vielleicht ist hier auch noch einer? Zum Erschrecken? Hm? Nee. Aber wir machen mal seinen Zweiter. Boah. Wir hören uns das jetzt mal nicht an. Hey, die machen das kaputt. Die schöne Blaupause. Ist da eine Rutsche? Auf der anderen Seite. Ich hab da jetzt nicht so hingeguckt. Was? Wey! Da ist eine Blaupause. Ich frage mich, wissen die Kinder schon, was eine Blaupause ist? Kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich früher wusste, was eine Blaupause ist. Das ist halt, äh, komisch. Oh. Flupp! Nein! Kann man erschrecken. Ein bisschen. Ich bin mir sogar sicher, dass manche Erwachsene gar nicht wissen, was eine Blaupause ist. Also ich meine jetzt nicht so Assi, Hartz IV. Also nicht Hartz IV, also der. Hartz IV ist ja nichts Schlimmes. Äh. So, so, so. RTL-Leute. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich glaub, da gibt's auch einige, die nicht wissen, was eine Blaupause ist. Natürlich sind die jetzt nicht die Regel oder so. Ich denk mir auch, dass ein paar normale Erwachsene Leute, die wissen, wovon sie reden, das hab ich auch gar nicht wissen. Ist jetzt nicht so ein Ding, was man jeden Tag hört, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht. Wenn ihr fragt, warum ich das Ding da unten nicht genommen hab. Ey. Weil ich hier nochmal gucken wollte, ob hier noch irgendwas ist. Ein Metterling. Boah. Ah, jetzt war ne Blaupause. Nehm ich die mit. Ich hab mir, Schatz, hier voll ins Fettnäpfchen geredet, glaub ich. Pfff, egal. Ihr wisst, was ich meine. Also, kriegen die Kinder ja hier vielleicht ja doch irgendwas beigebracht? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, in wie vielen Jahren würde man ein Kind das Spiel spielen lassen. Ist 10 zu alt? Ich bin mir nicht sicher, also ich würde mein Kind ja nicht so früh am PC lassen. Also 10 ist jetzt nicht früh. Aber so mit 7 würde ich jetzt mein Kind irgendwie noch nicht so an dem PC lassen wollen. Vielleicht denke ich auch ein bisschen altmodisch. Ah! Da sind sie wieder! Nix! Warum haben sie meine Geräte genommen? Ich verstehe nicht! Ah! Ah! Ich will meine Freundin! Oh! 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 Ja, was ein Kind? Oh! Was? Oh! Oh! Ach, sein Werkzeug. Okay. Oh yeah. Wuh! Oh yeah. Tut, tut. Komisches Werkzeug hat er da. Besteht nur aus Siegen. Sein Werkzeug. Oh, das ist ganz viele Häufchen von Sägen. Ich sehe gar nicht, wo noch welche sind. Da noch eins. Kannst du mich gar nicht umgucken? Das war... ...irrtig. Dann fährt man hier ein bisschen rum. Und guckt ein bisschen. Hier ist noch was. Was brauche ich denn noch? Einen noch? Einen noch? Einen noch? Einen noch? Einen noch? Wow. Oh, im Auto springt man nicht. Nein, sie können nicht. Hast du. Und dann? Komm, wir machen noch mal dieses lustige Eier. Spür ich ja. Hühnchen-Triezen. Ich frage mich gerade wirklich, ab wie vielen Jahren dieses Spiel gedacht ist. Jetzt von den Entwicklern auch her. Ah, tut, tut. Komm, jetzt konzentriere ich mich mal drauf, ein paar Hünscheine hinzunehmen. Pro Sprung nehme ich definitiv zu wenig. Wow, Hühnchen mit! Manchmal übertreiben die auch mit dem Springen, ne? Ich habe sie immer gekriegt. Ich hätte jetzt hier gerne noch einen. Nicht Candy Rush, oder es ist irgendwas anderes. Irgendwas will ich noch haben. Ach, das ist das Moonien-Sing. Das ist ja, für die Abonnenten kriegen das. Wer sich diesen Monat und so, ne? Ey da, komm da. Gehen wir mit. Do it. Do it! Wie war das nochmal? Das muss man auch erstmal checken hier. Was man machen muss. Die ganzen Leute sehe ich gar nicht, was man... Wo die Sterne sind. Da ist noch einer. Voll ausgerutscht, die Alte. Habt ihr das gesehen? Wie lange man ausrutscht, ist ja aber auch ein bisschen abartig, ne? Von meinen ganzen Sings sehe ich gar nicht, wo man hier landet. Also, wo die ganzen Dinger sind und wo die Lipschi ist und... Wo ist das denn jetzt? Erstens, ob ich sie es nicht sehen. Ich glaube, Stern nicht. Ach, da. Schön gewinnt. Bitte. Ach, komm. Kannst du mir nicht erzählen? Los. Husch, husch. Ich sehe den Stern nicht. Sonst, der hört sich auch an, als hätte das irgendwie... Du, ich fall. Mein Glück ist, ich muss gerade nicht so weit latschen. Sehen tue ich trotzdem nichts. Jetzt wird es mir 10 Candy Rush levels. Kommt, Leute. Sammel schneller ein paar Sterne, ja? Muss ja schließlich noch Candy Rush mitmachen. Hä? Wo ist das Ding? Also, da hinten. Ich dachte, das steht da. Oh, nein. Das ist eine sehr undankbare Aufgabe. Wo ist der Stern? Ich sehe ernsthaft den Stern nicht. Wo ist der Kackstern? Da hinten? Nein! Ich werde nicht Erster. Ich werde einfach nicht Erster. Das ist echt eine Kack-Aufgabe. Ich höre ihn. Ich sehe ihn nicht. Da. Ich bin schon nicht mehr Erster. Gott, ey. Oh, wir sind da Zipfel über alles drüber. Das kann man nicht angehen, dass ich hier irgendwie noch Erster bin. Ich freue mich, ne? Aber... Aber... Da ist der Nächste. Ich bin schon nicht mehr Erster. Ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Jetzt kann mir der Rang abgestritten werden. Ich bin schon... Da ist er. Da ist er. Ich... Ah, lauft doch! Schon nicht mehr Erster. Ich weiß nicht mehr Erster. Ich glaube es nicht. Nein! Ich will! Ich will! Ich konzentriere mich jetzt. Nein! Ich hab gesagt, ich konzentriere mich. Auf Scheiße zu bauen. Das ist der Nächste. Komm, ich hab das. Komm! Können die bitte nicht so weit weg? Oh, 14. Nicht ausrutschen. Ich muss gerade voll weit watschen. Ist nicht... Hier! Wo ist es? Da. Ich bin gerade voll angepisst. Eigentlich nicht, aber ich bin gerade so... Ich will gewinnen. Das ist mein Problem. Eigentlich müsste es kein Problem sein, aber es ist eins. Ich habe gleich verlor. Zu wenig. Kekse. Sammeln. Okay, ja schon. Kekse sammeln. Wie weit sind die hier noch nicht so weit? Könnt dich aufholen. Wie war das letztes Mal? Das Krümelmonster? Magisch nicht normal, doch. Nicht normal hier. Ey. Dutz mich nicht rum hier. Ich glaube, hier den Anführer kriege ich auch nicht mehr. Ich muss da von Anfang an hartnäckig sein. Das zuttert nix. Aber vielleicht kriege ich schon noch Kolken. Wäre natürlich gut. 300 oder wie viel Kekse man sammeln muss. Also, damit das Spiel vorbei ist. Aber. Oh, Keks. Oh, Keks. Ich werde mal Schatz nicht ablankern lassen hier. Was zum... Teufel ist hier los. Man kann sich auch nicht blocken. Das finde ich auch interessant. Kann man einfach durch alle durchmarschen. Das ist natürlich auch cool. Kekse. Noch mehr Kekse. Ist das jetzt ein anderer Typ? Der jetzt erst mal ist. Ohne Tastatur zu lenken, das ist eh gleich. Ich bin gerade so ein bisschen... ...im Auge rumgewiecht. Na? Du Blöder. Du musst Kekse sammeln, okay? Ich kann mal Schatz nicht mit mehr. Now free of nix. Mehr, 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 mehr Kekse. So wird das nix. das ist natürlich praktisch schön so und das war's für diese folge danke fürs zuschauen hier ist noch ein abschließt wieder und bis zum nächsten mal bye bye